ja ja das passte knapp da haben uns so durchgequetscht ja so morgen meine lieben reisebegleiter und herzlich willkommen hier bei unserer reise auf der verseuchten insel von night of the dead und ja dummerweise muss ich jetzt hier mal eben das tor öffnen wollen aber die sterben im moment sehr schnell wo ist denn hier noch einer noch einer ich sehe keinen da in der wand ist schon da der nix tot jetzt tot da war dann ist in die wand gespackt so ich würde jetzt gerne mal nach hause vorn weil da wartet hier auch wieder eine horde nacht auf uns wir müssen etwas erforschen und ich bin mal gespannt ob das update irgendwas mit meinen werkbänken gemacht hat ja wohl ja ich würde mal gucken ob ich hier hinten nur wieder rum kommen allerdings muss ich sehr weit fahren naja geht so weit so aber letztes mal bin ich nämlich hier einfach durch wartet macht sprit ist zwar noch drauf aber ich würde mal eben foltern so und wir fahren einfach jetzt mal hier anna so an mir fahre einfach obwohl wir haben 18 uhr wir müssen zurück ja ja entnützt hatte nix sonst hätte ich gesagt wir fahren noch mal hinten an die nächste stelle von der hauptquest zur schule wollten wir ja eigentlich liegt die eigentlich auf dem weg warte mal schaffen wir das noch das nervt mich nämlich das finde ich an dem spiel echt ätzend dass man jetzt hier nicht vernünftig die quest verfolgen kann oder die story sondern muss zurück zu seiner base weil schon wieder so eine bescheuerte welle kommt da würde ich mir wünschen man könnte einstellen drei alle drei tage eine welle alle fünf tage eine welle und nicht jeden tag das nervt nämlich tierisch und dann kommst du auch nie dazu weil du jetzt hier soweit unterwegs bist kommst du auch ehrlich gesagt nie dazu einfach mal einfach mal mann hier ist richtig action nee da wird mir jetzt alle zu wild hier aber du kommst nie dazu einfach mal eine ordentliche zeit an der horde base zu verbringen da musst du den ganzen tag für opfern einfach kann sich einfach mal sagen so ich bleibe jetzt hier sondern wird sich auch die story spielen und beides zusammen ist dann echt witzig na ja ich weiß dass ich mein jetski da noch irgendwo rumstehen habe aber ist nicht so wild haben ja hier was an der versick des motorrats geändert ich glaube nicht naja hier das grüne hause sehr richtig das passt siehst du hier brauchen wir nämlich keinen fluss überqueren sondern können hier einfach durch die berge fahren am bären vorbei in dem halten wir uns aber jetzt nicht lange auf also gar nicht nee nee irgendwie habe ich heute morgen von diesem scheiß lied echt das gibt mir schon den ganzen darauf sein schlimm ist das wer bist du alter nee nee nur nicht nur nicht ich habe nicht so viel wo ich müsste man unterwegs noch munition besorgen fällt mir ein für die heute nacht das war gleich mal eben gucken wo ein ponis hier ist ja ja oha oha naja es gibt immer noch keine verletzungen mit dem motorrad wenn man abstürzt gott sei dank naja ist irgendwie sehr unrealistisch noch ne ja leider und seht ihr jetzt hier mit der neuen grafik wie lange das dauert bis die sich neu aufbaut ist auch nicht so schöne aber wir können jetzt springen das ist ja auch schon mal was ne oh ja oh ja hier vorne ist so ein kleines stück darüber können nicht oh sie ist der roll aber hier siehst du wie lange das schwammig bleibt das ist doch kacke Okay, da muss der Renderer aber noch ein bisschen schneller werden, du. Oha. Aber vielleicht kann man ja auch was an den Grafikeinstellungen ändern. Da habe ich noch gar nicht nachgeguckt, ne. Ne, tatsächlich nicht. Ja, ich wollte euch einfach mal gemütlich heute mitnehmen, ne. Aber es ist halt, wie ich es ja in der letzten Folge schon sagte, bei mir stellt sich gerade so ein bisschen das ganze Leben steht Kopf. Und ja, meine ganze Struktur hat sich komplett geändert im Moment. Und ja, das ist alles noch so eine Sache, die sich einspielen muss. Und ja, von daher, äh, kann es hier noch öfter zu Unregelmäßigkeiten kommen. Was mir jetzt schon mal sehr leid tut. Aber es ist leider nicht zu ändern. War eigentlich in dieser Stadt eine Polizeistation? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder musste ich in den nächsten Ort? Ich glaube, ich musste nochmal weiter, ne. Aber ja, es ist schon 18 Uhr. Aber wir brauchen dringendst Munition, ne. Ich muss mir dieses Polizeirevier mal eben notieren, ne. Die Stadt war es, glaube ich, ne, in die wir müssen. Ja. Oh, ist noch ein ganz schöner Weg jetzt. Aber es nützt nichts. Ohne Munition brauche ich die Horde nach Garniers anfangen, ne. Ja, dann haben wir noch zwei Stunden Zeit, alles zu reparieren. Und dann sind wir die Folge heute nur mit solchen Sachen beschäftigt. Wie gesagt, es kommen auch wieder bessere Zeiten, ne. Ja. Ja, fahr doch einfach, passt doch. Aber jetzt muss ich erstmal alles ein bisschen einspielen. Und bevor ich jetzt immer die Folgen ausfallen lasse, müssen wir halt auch mal solche Runden hier machen, die ich sonst normalerweise aufscreen machen würde. Aber ja, manchmal ärgert einen das Leben. Und da muss man das Beste draus machen, nicht, wo? Ja. Ähm, hier sollte jetzt wieder eine Straße kommen, hat er gesagt, ne. Ah. Mir ist dann ein bisschen abseits gekommen hier. Da ist die Straße. Ja, ja, hier sind wir. Das ist ja die Stadt mit dem Theater. Aber ich vergesse immer, wo die Polizeistation war. Tatsächlich, ja. Und es macht keinen Sinn, Shift zu drücken. Die Geschwindigkeit bleibt gleich. Aber diese Gewohnheit, ne. Aber ich hoffe, euch geht's gut. Könnt ihr mir ja in den Kommentaren mal schreiben, ob bei euch alles super ist. Ja, ich meine, mir geht's auch gut. So ist es nicht. Aber es ist halt im Moment sehr, sehr stressig. Oh, Entschuldigung. Es ist im Moment äußerst stressig. Boah, was ein Ladefehler hier, ey. Ja, wie gesagt, einpendeln, einpendeln. Ich meine, es war auf der Straße, wo auch das Gebäude war. Meine ich. Nur weil ich etwas meine, muss es nicht stimmen, ne. Also hier ist es nicht. Ach, immer diese Sucherei. Wo waren denn die ollen Polizisten? Ich muss mir das echt markieren. Jedes Mal suche ich das blöde Gebäude, ne. Ich glaube, hier vorne ist es schon, ne. Da, ja. Ich wusste, auf dieser Straße muss es sein. Die Zombies sind ja ganz lächerlich, ey. So. Fünf Stück davon kaufen. Schrotze oder Maschinenpistole? So. Maschinenpistole ist besser, ne. Ja. Und dann sind die Fonks auch schon wieder weg. Und dann können wir wieder ab nach Hus. Und die Horde Nacht vorbereiten. Und dann gucken wir mal. Der Dante sagte mal irgendwann vor Tagen, ich muss einen Schalter zwischen die Dings bauen. zwischen die Batterien, so dass ich tagsüber über nur laden lassen kann, die Batterien. Und nachts soll er dann haken lassen, ne. Mit dem Laden. Ja. Na, hier sind die Orte. Mach mal kein Theater. Ne, da wollen wir jetzt aber nicht rein. Hey. Ja, ein paar Zombies sind auf jeden Fall respawned. Ach ja, ich kam hier gar nicht so einfach jetzt auf die Straße drauf, ne. Muss erst mal hier so ein bisschen rumfahren. Ja, ja, das passte knapp. Klar. Haben wir uns so durchgequetscht. Ja. So, ab nach Hause. Die Muni muss mir reichen. Wir müssen noch eben gucken, dass wir alles repariert kriegen. Und nach der nächsten Horde Nacht gucken wir uns mal den ersten hier auf der Map verzeichneten Überlebenden an. Gucken mal, was wir für eine Quest von dem bekommen, ne. Das wird dann auch nochmal spannend. Würde ich sagen. Nee. Das Bike müssen wir bei der nächsten Gelegenheit wahrscheinlich auch nochmal reparieren. Schade ist ja, dass wenn man die Sachen platt fährt, man sie nicht einsammelt, ne. Aber wäre auch etwas unrealistisch, ne. Kaputt fahren die Sachen und dann die Ressourcen auch nochmal mitnehmen. Aber gut, an dem Spiel ist eh noch nicht so viel realistisch. So, hier ist nun die Tankstelle. So, und dann müssen wir da hinten gleich irgendwo kurz links. Und hier dann wieder rechts. Oder so, hier ist das Krankenhaus, genau. Ach ja, das ist ja schlimmer statt besser geworden. Äh, alter. Eine ruppige Fahrt hier. Ja, sag mal. Jetzt muss ich ja doch mal absteigen, ne. Dann tragen wir es hier. Yes. Siemens. Die hat es drauf, du. Äh. Oh, öffnen. Nicht treten. Öffnen. Also in der nächsten Folge, oder nach der nächsten Horde-Nacht, wenn wir bei diesem Typie waren, würde ich ja sagen, wir brauchen ein Stück Eisen. Habe ich nichts auf Tasche? Doch, hat er. Doch, hat er. Kleinen Stein habe ich nicht auf Tasche, oder? Äh. Doch. Habe ich auch auf Tasche. Gut. Dann können wir uns hier dem Ganzen widmen. Na. Da kommen schon wieder welche. Hä? Was? Nee. Nein. Äh. Nee. Hm. ja das ist immer glückssache dass man hier alles trifft da hat man schon elektro leute verbraucht mir doch nicht den ganzen strom das ist echt nervig das ist echt ätzend dass man das so schlecht da unten erwischt es ist doch noch gar nicht so weit jungs mein gott ist ganz gut was los hier ja sowas mache ich ja sonst alles immer offscreen ihr wisst habt ja eigentlich gar nichts mit zu tun aber ja wie gesagt ab und zu muss halt auch mal sein dass wir da zusammen machen so so hier den wollte ich noch so die ist fertig so hier hatte ich alle steine hier weiß es nicht noch siehst du hier nicht hier hinten ist ich ganz so wild aber aber da hast du hast du gut dass wir mal ausnahmsweise alle materialien auf tasche haben ich habe es gerade gesagt ne just in dem moment was ist das wieso sind die kisten blau ach ach und wieso funktioniert das nicht genau eigentlich sollte ich doch ich habe keinen kleinen stein mehr konnte man hier kleinen stein machen nö 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 ja dann ist pech jetzt so 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 ach nein ach man einmal die scheiß falsche taste erwischt und schon hast du hier den ganzen kack ne ärgerlich als hand naja ich weiß ja was ungefähr da drin gehört den und den können wir auch erst mal hier rein tun so das kommt da noch mit drin und der rest nee den wollte ich essen das geht so nicht die bleiben hier die bleiben hier kühlwasser war hier noch eigentlich drin nicht und ich kann mal hier reingepackt na die kann ich jetzt echt mal genau geht das mit dem aufwerten noch hier wiederverwertung so 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 wenn man den 1er da raus und den da rein den da rein und wieder zusammenbauen was haben wir jetzt kriegt hier eine handgefertigte schrotflinte naja der kann weg die können weg die können weg die kann weg das kann weg die brauche ich noch das kann ich nicht weg packen da ist meine silikon das brauche ich so rebellionsspurt gewehr italienische schrotflinte die habe ich aber nicht ausgerüstet oder macht auch nichts ich habe keine schrot munition ne ok der rest den lassen wir erst mal hier ne ok sortiert dann kann man das schild hier noch mal eben in eine kiste packen nehmen wir mal hier weil es so außer wo ist denn wo ist denn das rolle schild hier den bogen die olle maske ja 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 hier ist noch ein bisschen säft drauf aber nicht mehr viel ne ok wir haben es 20 uhr wir haben alles repariert wir haben 25 minuten und dann machen wir heute eine kürzere runde würde ich sagen essen wir das noch ach jetzt geben die snickers keine gesundheit mehr erhalten durch möbel ok der quatsch wir können ja noch eben was zusammen erforschen neben generation ah das hat sich auch geändert mit dem update so forschungsbank die sieht ein bisschen anders aus so ich hab doch so ein buch hier habt ne dann ist bestimmt im motorbike ah das ist wahrscheinlich noch nah genug an der dings ach so ja auch nicht schlecht das ist schön dass man sich aus den kisten bedienen kann ne hier jack und die bodenstange das müssen wir ja noch erforschen da gucken wir doch mal ob wir das schon können ach quatsch wie war das journal ne hauptgeschichte ne quatsch herstellen quest 19 dem botaniker müssen wir forschen botaniker wo könnte der denn bitte sein leiten davor botaniker hier farmer ach du scheiße ja den farmer machen wir botaniker erforschen wir da müssen wir uns auch die tage mal mit beschäftigen mit dünnen und so mit dem garten arbeiten zeug ja da müssen wir auch noch mal dran ne bau auf ausrüsten mhm wir müssen noch zu dieser stuhle wir müssen noch einen goldbarren herstellen hier da haben wir noch ein bisschen was zu tun leute ich freue mich drauf ja wenn euch die runde heute so ruhig sie auch war gefallen hat lasst mir doch gerne einen daumen nach oben da würde ich mich mega darüber freuen genauso wie über euer abo wenn ihr es noch nicht da gelassen habt ja und eure kommentare sowieso immer wieder gern gesehen immer wieder gern gesehen seid friedlich seid freundlich bleibt gesund ich bedanke mich fürs zuschauen wünsche euch einen schönen abend bis dahin ciao